Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 14884 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Widerstandstraining wie Gewicht heben ist der beste Weg, um Muskeln aufzubauen. Widerstandstraining wie Gewicht heben ist der beste Weg, um Muskeln aufzubauen. Nur noch eine einzige Prüfung, dann ist mein Studium abgeschlossen. Nur noch eine einzige Prüfung, dann ist mein Studium abgeschlossen. Wissenswert ist, dass der kleinste Vogel der Welt, der Bienenelf ist. Er wird nur etwa 5 Zentimeter groß. Wissenswert ist, dass der kleinste Vogel der Welt, der Bienenelf ist. Er wird nur etwa 5 Zentimeter groß. Wissenswert ist, dass der kleinste Vogel der Welt, der Bienenelf ist. Er wird nur etwa 5 Zentimeter groß. Diese Information ist faszinierend und gibt Einblicke in die Vielfalt der Vogelwelt. Ich mache meine Hausaufgaben zu Hause auf meinem Laptop. Die Anerkennung seiner Leistungen war längst überfällig. Ich bin wertvoll und verdiene Erfolg und Glück. Ich bin wertvoll und verdiene Erfolg und Glück. Ich bin wertvoll und verdiene Erfolg und Glück. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.